RIP TV Spezial Plätzelfest 2012 Freitag, 17. Plätzelfest in Herxheim, jetzt bei mir auf der Couch, die Gruppe Free Speech aus Herxheim, die absolute Lokalmatatoren heute Abend hier. Sie spielen um, jetzt musst du auf meinen Zettel gucken, 20 Uhr. 20 Uhr, genau. Wie lange gibt es euch schon? Seit nunmehr zwölf Jahren. Seit nunmehr zwölf Jahren? Seit zwölf Jahren, 2000, dass ihr jetzt mal hier auf dem Netz gespielt habt. Genau, und ich habe sie 2008 gehört und haben so ein Maiden Cover gespielt und da habe ich schon gedacht, oh, Maiden Cover, das kann verhängnisvoll werden. Das könnte nochmal passieren. Und sie haben alles leckerblose, die Jungs. Ich habe richtig, mir ist schon ein richtiges Schoko-Auto gekommen, ich wollte schon gar nicht mehr auf die Bühne gehen. Wenn man euch im Netz irgendwo sehen will, wo muss man klicken? www.free-speech.de Hast du so blaue Haare Sachen mal? Ja. Das ist doch gefakt, oder? Das ist Shack-Soffer. Das ist Shack-Soffer. Schöne. Schöne. Klar. Okay, noch abschließendes Wort von euch an die Fangemeinde. Ja, wir werden gerne die ganze Gemeinde hier rocken. Ich hoffe, es wird noch ein bisschen mehr. Dann mit dem Maiden Cover geht es vielleicht wieder. Genau. Das wird was. Für dich. Also, und ein paar neue Hallen. Free Speech. Sie reden ganz leise, sie treten ganz gross auf. Free Speech, vielleicht die beste Band auf dem Plätzle-Fest überhaupt. Oh, du sagst du ja. Das war schon. Das war schon. Wir haben hier noch einen schönen Tag. Das ist klar. So, passt auf euch. Das war schön. Tschüss.